Moin. Ja, Corona-Block. Ein leidiges Thema langsam. Zweiter Tag hintereinander mit über 100.000. An sich mal wieder trifft ein, was prognostiziert worden ist. Auf der anderen Seite Leute, die spazieren gehen, können sie gerne machen unter Einhaltung der entsprechenden Regeln. Das heißt, wenn sie es als Demonstration meinen, dann bitte anmelden und dann bitte auch die Regeln einhalten. Aber diese Spaziergänger machen mir so ein bisschen Gedanken anders, als sie wollen. Wenn ich mir vorstelle, Corona ist ja nicht unser einziges Problem. Also das ist jetzt ein akutes Problem, aber es deckt ja viele andere Sachen, die wir ändern müssen, deckt es ja zu. Wenn man sich diesen Komplex Energie, Mobilität, Klima als Schirm darüber anschaut und sich anschaut, was für Veränderungen wir in den nächsten 10, 15 Jahren vor uns haben. Unser Mobilitätsverhalten muss sich ändern. Unser Energieverbrauchsverhalten muss sich ändern. Wir verschwenden Energie an beliebig vielen Stellen. Wir müssen unser soziales System komplett ändern, weil diese Verschiebungen immer weniger super, super, super reiche. Und das mediale Einkommen, nicht das Durchschnittseinkommen, das mediale Einkommen sinkt immer weiter. Die Schere geht immer weiter auseinander. Dort müssen wir auch noch ran. Das heißt, wir müssen unheimlich viele Sachen ändern. Und dann schaut man sich mal so um und redet mit Leuten. Wärst du bereit, auf ein E-Auto umzusteigen? Nee, Benziner läuft doch. Nein, Benziner läuft nicht so toll. 30 Prozent Effizienz ist nicht so prickelnd. Bist du bereit, dein Haus zu renovieren? Nee, ich habe doch Öl oder Gas. Das geht doch alles. Weil Isolation würde ja Energie sparen. Egal. Bist du bereit, eine PV auf deinem Dach zu machen? Eine Kleinwindkraftanlage hier oben wäre ja auch noch ein super Thema. Ach nee, läuft doch. Ich will mein altes Leben zurück. Ich will so leben wie in den 70er Jahren. Genau das Gleiche mit Impfen und so weiter. Nur keine Veränderungen. Und da wird mir ein bisschen Angst und Bange. Weil das Leben, das muss man sich mal einfach wirklich vorstellen. Als wir geboren wurden, 60er, 70er, 80er Jahre, einige 50er Jahre, da konnte sich keiner ausmalen, wie die Welt heute aussieht. Das heißt, es war von vornherein klar, irgendetwas wird sich verändern. Und das sind teilweise Kriege, sind Umweltkatastrophen. Es sind langfristige Entwicklungen oder wie das, was wir mit dem CO2 erleben, von dem wir seit Mitte der 70er Jahre wissen. Und wir werden uns immer wieder anpassen. Auch eine Pandemie ist nicht vom Himmel gefallen. Eine Pandemie findet immer wieder statt. Und es war klar, dass irgendwann wieder eine kommt, wie die US-Grippe, fälschlicherweise spanische Grippe genannt. Und dass wir dort in diesem Bereich extreme Einschränkungen haben werden. Dass wir froh sein können, dass die technische Fortschritt so weit ist, dass wir Impfungen haben. Wir können froh sein, dass wir nach all den Jahren Energieverschwendung in der Technik auf der anderen Seite so weit gekommen sind, dass wir mittlerweile Energie praktisch auf jedem Hausdach erzeugen können. Wir können froh sein, dass wir Antriebe haben, die so effizient sind, dass wir unsere Mobilität nicht komplett einstellen müssen. Sondern dass wir mit E-Antrieben das, was wir im Regelfall machen. Nämlich uns im Umkreis von 80 Kilometern um unseren Wohnort herum zu bewegen, dass wir das damit leisten können. Und all diese Techniken sind da. Wir müssen jetzt nur unser Verhalten anpassen. Und das Gleiche jetzt. Wir haben jetzt einen überschaubaren kleinen Zeitraum. Zwei Jahre. Gut, ist eine Menge. Für jemand, der 16 ist, ist es ein Achtel seines Lebens, wo wir unser Verhalten anpassen müssen. Wo wir unsere Überzeugungen noch mal hinterfragen müssen. Wenn ich mir meine ersten Corona-Blocks anschaue, da sind auch Lernprozesse drin, durch neue Fakten. Gut, heute irgendwas so um die 135.000 neue Infektionen. Im Bereich der Toten, die sich mittlerweile auch auf 116.000 aufsummieren, nicht unwesentlich in Deutschland. 5,5 Millionen weltweit. Bleiben wir ungefähr auf dem Level, trotz im Moment der höheren Infektionszahlen, was ein Indiz ist, dass die Verläufe vor allen Dingen bei Geimpften und Geboosterten milder sind. Was uns aber noch nicht dazu bringt, milder heißt nicht mild. Genauso wie das Bessere nicht unbedingt schon gut sein muss. Sondern es ist nur nicht mehr so oder besser als das Alte. Das Gleiche. Hier, wir hören, der Verlauf ist milder und draußen auf der Welt geht es gleich wieder los. Lauterbach, mittlerweile ja Gesundheitsminister, hat gesagt, dass die Spitze der Welle, die wird nach oben, sich dann langsam mal abflachen, irgendwann in drei bis vier Wochen ist. Und dann geht es langsam runter. Das heißt, auf diesem Weg dahin werden wir alle irgendwo unfreiwillig nochmal geboostert werden, die einen. Die anderen werden unfreiwillig geimpft werden, müssen dann auch mit schlechteren Verläufen rechnen. Und wenn wir viel Glück haben, wenn wir viel Glück haben, Glück gehört zum Leben, das ist das Schöne, sind wir dann in einer endemischen Lage. Das heißt, wir haben einen hohen Anteil an Menschen, die Antikörper haben, deren Körper vorbereitet ist. Wir werden auch noch etliche Tote haben und können etwas, was so erinnert an die Normalität von vorher, langsam im Sommer zurückkehren. Und hoffen wir, dass wir dann nicht den gleichen Fehler wieder machen, weil das Virus wird sich ja auch weiter verändern. Aber wenn wir viel Glück haben, sind wir dann soweit. Und bis dahin wird es eng, weil wenn ich höre, 135.000 Leute haben sich heute infiziert, also gestern, dann sind das 135.000 Menschen, die sich in Selbstisolation oder Quarantäne bewegen müssen, für Minimum die nächsten fünf bis sieben Tage, einige von denen zehn Tage. Nicht jeder von denen wird einen ganz milden Verlauf haben, dass das Näschen ein bisschen läuft, man ein bisschen Kopfschmerzen hat, sondern einige von denen werden auch ausfallen, weil sie richtig härtere Symptome haben werden, hoffentlich nicht so hart, dass sie hospitalisiert werden müssen. Und was das heißt, in einem Betrieb, bei der Infrastruktur geht das eh durch die Sachen, aber was auch für jeden Betrieb von uns heißt, wenn Leute ausfallen, wenn wir ausfallen, einer wird krank, die anderen sind sofort Kontaktpersonen, Gott sei Dank jetzt geboostert, das heißt, dann funktioniert noch der Laden. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem engen Kontakt, den wir hier haben, wird jeder dann positiv sein. Und dann ist unser Laden zehn Tage zu. Das für ein Unternehmen in unserer Größe ist existenzbedrohend. Da bin ich dann auch nicht mehr so ganz entspannt, weil die Wahrscheinlichkeit, die höhere Infektionsgeschwindigkeit des neuen Virus ist einfach da. Aber das mit dem Boostern und mit dem Impfen machen wir, damit wir es nicht weitergeben können, damit das Geschäft offen bleiben kann, weil es ist unsere Lebensgrundlage, unsere Existenz. Und soweit sollte jeder denken, auch mal so an seine Kollegen und so und einfach die Vorkehrungen treffen. Wir müssen davon ausgehen, in der Geschwindigkeit, wenn das so weitergeht, haben wir mit den Geimpften, Geboosterten und Infizierten irgendwann im Sommer eine, blödes Wort, Durchseuchung der Bevölkerung. Und wie wir da hinkommen, wie heile wir da hinkommen, weil es fehlen uns immer noch Fakten zum Thema Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und so weiter. Da sollte man das Risiko minimieren. Geht impfen? Ich weiß, die Mehrheit unserer Kunden sind geimpft. So, und dann sollten wir die wirklich existenzbedrohenden Probleme auf die nächsten 15, 20 Jahre angehen und unser Verhalten mal überprüfen, was Mobilität angeht, was Konsumverhalten angeht. Brauche ich ein Brett, von dem ich ausgehe, ich nutze es zwei Jahre und dann darf es ruhig kaputt gehen oder kaufe ich ein Brett, von dem ich weiß, es hält 20 Jahre. Das ist ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Muss ich Sachen hin und her schicken? Bestelle ich mir fünf Anzüge und weiß von vornherein, ich schicke davon vier zurück. Muss ich das machen? Oder kann ich da bewusster, nachhaltiger vorgehen? Falsche Gedanken am falschen Ort, aber der Blog dient ja für falsche Gedanken oder vielleicht auch richtige Gedanken. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Wasser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.